Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ihr könnt Geld sparen, ich zeige euch wie und zwar mit den besten und günstigsten Drogerie-Dupes zu High-End-Produkten. Ich habe mich nicht lumpen lassen, bin hier eine Stunde durch meine Schminksammlung geklettert und habe wirklich viele Produkte aus der Drogerie rausgesucht, die gehypte Produkte aus dem High-End-Bereich dupen. Dupes ist ja immer so ein sehr ausdehnbarer Begriff, aber ich habe hier teilweise wirklich Produkte, die 1 zu 1 identisch sind und ich glaube, dass das gar nicht so uninteressant sein könnte, wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt bei eurem Make-up-Kauf. Schöne Looks für wenig Cash. Vielleicht gibt es da irgendwie ein cooleres Wort. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir diese Videoreihe nennen können. Bougie on a Budget gibt es ja schon. Vielleicht habt ihr eine andere Idee, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Wir verdienen auch gar nicht lange Zeit und starten direkt mit diesem Video und zwar mit einem Dupe zum Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Dieses Produkt, das kennen wir alle, das lieben wir alle. Es ist aber schweinemäßig teuer. Und mir tut es auch in der Seele weh, so viel Geld für Make-up auszugeben. Das Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, ich weiß ja, durch den Job, den ich jetzt hier durch euch machen kann, dass es so viele gute, günstige Alternativen zu den teuren Produkten gibt, dass es mir selber schwerfällt, die teuren zu kaufen. Manchmal ist es so, man möchte sich einfach was gönnen. Man möchte einfach so ein bisschen bougie, möchte man sich ja dann doch fühlen. Aber ich möchte euch mit auf den Weg geben. Es gibt aktuell viel, viel relevantere Sachen, für die man sein Geld ausgeben kann, als für teure Make-up-Produkte. Und deswegen habe ich hier ein Dupe von Essence. Das ist der Glow, Glow, Glow Instant Highlighter. Ich habe das als Dupe bei TikTok gesehen und trage mir das mal komplett auf der einen Seite auf. Von der Verpackung her ist es nicht so wie das Charlotte Tilbury. Das ist jetzt auch ein bisschen heller als das, was ich von Charlotte habe, aber für die meisten von euch sollte das funktionieren. Das ist im Prinzip ein Highlighter, beziehungsweise ein, ja, so ein Lumenlighter, der einfach so einen frischen Glow auf der Haut hinterlässt. Und das macht ja auch der Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Finish. Sehr, sehr gut. Den tragen wir gleich auf die andere Seite auf. Der ist sehr, 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 sehr günstig. Es muss so um die drei Euro sein. Ich trage mir noch ein bisschen mehr auf. Das mag ich bei der Verpackung hiervon nicht ganz so gerne, dass der Applikator so klein ist. Aber ganz ehrlich, ich finde, man kann ja auch so ein paar Abstriche machen. Das Packaging muss ja auch nicht eins zu eins genau das gleiche sein wie das High-End-Produkt. Wir zahlen ja natürlich auch bei High-End-Marken nicht nur unbedingt den Namen, sondern auch die Verpackung. Und das dürft ihr nicht unterschätzen, wie teuer individuelle Verpackungen für Produkte sind. Also beispielsweise Fenty. Diese Verpackung musste ja für Fenty extra angefertigt werden. Und das ist wesentlich teurer, als wenn beispielsweise Maybelline so ein Standard-Packaging benutzt. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, dieses Packaging. Diese Form, die gibt es ja häufig. Das ist zum Beispiel ein Packaging, was ich für Giacomo Cosmetics mal angedacht hatte. Aber wir kommen zu Charlotte Tilbury. Hier ist das Füßchen ein bisschen größer und die Farbe ist jetzt dunkler. Ansonsten per se eins zu eins genau dasselbe. Und ich habe das bei TikTok gesehen und dachte mir, Moment, ich habe das Produkt von Essence auch. Und mir ist das nie als Dupe wirklich aufgefallen, weil ich das auch nie wirklich benutzt habe. Ich habe das immer nur als Highlighter benutzt. Aber ihr seht, kein Unterschied. Und ich muss fast sagen, dass mir die Seite von Essence besser gefällt, jetzt im direkten Vergleich. Beide sind sehr glowy. Beide haben, ja, ich will nicht sagen eine eigene Deckkraft, aber so ein bisschen und perfektionieren die Haut optisch schon mal. Jetzt auf den ersten Eindruck gefällt mir hier die Essence-Seite aber wesentlich besser. Wir machen auch direkt weiter mit den Augenbrauen. Ihr wisst, das Anastasia Beverly Hills, das Brow Freeze, ist eins meiner liebsten Produkte für die Augenbrauen. Es gibt wenig Produkte, die so gut sind wie das von Anastasia. Es hält, ohne dass es so einen weißen Schleier hinterlässt. Und es sieht einfach super, super gut aus. Die Augenbrauen kann man damit schön in Form bringen. Sie halten tatsächlich auch den ganzen Tag, ohne dass es zu weißlich wird. Es gibt aber zwei Dupes. Und eins davon kennt ihr schon, eins davon noch nicht. Und zwar hat Elf ja den Brow Lift rausgebracht. Und Riva Loves Me hat im neuen Sortiment auch so ein ähnliches Produkt rausgebracht. Ich nehme einen sauberen Pinsel. Das sieht ein bisschen anders aus. Es ist hier weißlich drin, aber der Effekt ist genau derselbe. Und es hält genauso gut. Ich gehe dann einmal noch hier rüber und presse das mit den Fingern an meine Haut. Und ihr seht, literally, keinen Unterschied. Das Riva Loves Me Produkt braucht ein paar Minuten, um anzutrocknen. Und dann könnt ihr aber einfach mit eurer Foundation drumherum gehen. Und die Augenbrauen halten genauso gut. Und das finde ich echt schön, dass Riva Loves Me auch wirklich gleich so ein Trendprodukt mit hinterher als Dupe rausgebracht hat. Oft ist es so, dass Drogeriemarken sehr, sehr, sehr lange brauchen, bis das Produkt dann in die Filialen kommt. Hier ging es recht schnell. Für die Foundation habe ich jetzt kein neues Dupe rausgebracht, was ich jetzt direkt festgestellt habe. Deswegen mache ich einmal die Foundation auf beide Seiten. Und dann geht es weiter. Die Foundation ist einmal eingearbeitet. Und ich habe eine neue Lieblingsmischung gefunden. Und zwar die L'Oreal Infallible Foundation. Und da mische ich von NYX einmal den Bare With Me Concealer Serum in der Farbe Beige und in der Farbe Camel. Und diese dunklere Farbe gibt nochmal einen ganz, ganz anderen Unterton für hellere Häute, so wie mich. Die aber einen olivwarmen Unterton haben. Ihr seht es, die Farbe passt sehr, 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 sehr gut. Und wenn das dann alles oxidiert, ist das das Perfect Match für mich. Die Kombination aus den drei Farben. Wir haben aber einen Concealer und darauf freue ich mich ganz besonders, seit letztem Jahr November dieses Video zu machen. Und zwar haben wir den Manhattan The Multitasker Concealer versus den Tarte Shape Tape. Das ist jetzt die Dewy Version. Den anderen habe ich nicht mehr, weil ich wusste, dass der ja rauskommt seit Ende letzten Jahres. Und ich mir dann gedacht habe, der ist literally 1 zu 1, so wie der Tarte Shape Tape. Ich finde sogar fast noch besser als der Tarte Shape Tape. Deswegen habe ich mir den Original nicht mehr nachgekauft. Den mache ich jetzt nur noch leer. Aber der Multitasker Concealer ist wirklich einer der besten Concealer aus der Drogerie. Das Füßchen ist der XXL Soft Touch Applikator, der wirklich riesengroß ist. Und das Produkt super großflächig verteilt. Und ihr könnt ihn auch als Foundation benutzen. Und auf der anderen Seite den Tarte Shape Tape. Auch hier das Füßchen ist 1 zu 1 genau dasselbe. Es sieht riesengroß aus. Farblich sind die jetzt ein bisschen anders. Aber ihr seht allein schon vom Packaging, das ist sich sehr, 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 sehr ähnlich. Sie sind gleich groß. Die Verpackung ist identisch. Außer halt das Design der Verpackung. Identisch. Füßchen gleich Verpackung gleich Design ähnlich. Kostet halt aber nur ein Bruchteil. Eine Sache wollte ich ein bisschen klarstellen. Ich habe ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. Herzlichen Glückwunsch zu Manhattan, dass ich einen Concealer mit ihm rausgebracht habe. Habe ich nicht. Das ist nicht mein Concealer. Ich habe den Concealer nicht mit Manhattan zusammen kreiert. Das hat Manhattan ganz alleine gemacht. Ich bin nur das Gesicht der Kampagne gewesen. Vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Worte. Aber das ist nicht mein Concealer. Ich habe dieses Jahr schon viele Produkte rausgebracht. Wir sind noch nicht fertig. Aber ein Concealer ist dieses Jahr nicht dabei. Ich verblende das einmal hier mit dem Beauty-Schwamm auf der einen Seite und drehe den dann gleich um. Der Concealer hat eine super gute Deckkraft von Manhattan. Er ist, ich finde ihn als Foundation sogar fast noch schöner, als ihn als Concealer zu benutzen. Aber er hat eine wirklich wunder, wunderbare Deckkraft. Ich drehe jetzt auch den Schwamm auf die saubere Seite, dass ihr den Unterschied seht. Farblich sind sie tatsächlich ein bisschen anders natürlich. Aber es geht ums Prinzip. Ich glaube, ihr versteht es, oder? Ihr seht sogar, dass der Manhattan sogar noch ein Stückchen mehr Deckkraft hat. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal mit dem Tarte ein bisschen lang und lasse das hier nochmal eine Sekunde länger antrocknen. Und wir konturieren, beziehungsweise Creme-Bronzen ein bisschen. Und da habe ich hier von Fenty den Creme-Contour, den Creme-Bronzen in der Farbe 05 Teddy. Habe ich Ewigkeiten nicht mehr benutzt, weil ich seit einer Weile eigentlich kein Creme-Bronzing mehr mache. Jetzt vielleicht zum Sommer hin kann man das vielleicht mal wieder machen ohne Foundation. Ansonsten bin ich tatsächlich meistens im Moment einfach auf dem Powder-Bronzer-Trip. Beziehungsweise nehme ich seitdem ich so viel Selbstbräuner und wirklich einen guten Selbstbräuner für mich gefunden habe. Kein, ja ich blende das dann mit dem Foundation-Brush schon ein bisschen ebenmäßiger aus. Gibt einfach eine schöne Farbe. Er ist auch sehr, 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 sehr kühl. Auf der anderen Seite benutze ich von Elf den Putty-Bronzer. Der ist farblich ein bisschen kühler, aber auch den gibt es in verschiedenen Farben. Ich nehme auch hier einen anderen Pinsel, gehe hier rein. Vom Finish finde ich den hier von Elf sogar noch ein bisschen weicher. Der ist ein bisschen mehr auf Wasserbasis und sorgt dafür einfach, dass er ein bisschen schöner auf der Haut sitzt. Kein Unterschied. Den Concealer blende ich einmal nochmal aus. Benutze dafür wieder die saubere Seite. Gehe hier einmal lang und dann kommen wir zu einem neuen Produkt, was recht neu rausgekommen ist. Ich weiß nicht, wann dieses Video rauskommt, ob mein Projekt mit Purish schon veröffentlicht ist. Ich glaube ja. Und da seht ihr die Blursh Lights und ich liebe die. Die haben wirklich alles für mich verändert. Die sind so schön. Ich habe mittlerweile ganz, ganz viele nachbestellt, weil ich die Farben einfach so toll finde. Und ich zähle den jetzt mal mit zur Drogerie, weil er halt im Verhältnis zu Channing Tilbury nicht so teuer ist. Ich habe hier die Farbe Champagne Spray. Ich muss kurz überlegen, das ist die Drogerie-Seite. Ich gehe hier auf meine Hand und ihr seht, der ist so ein bisschen Champagnerfarben und sehr, sehr, sehr reflektierend. Und den arbeite ich mir mit einem Foundation Brush erstmal in den Pinsel und toppe dann hier einfach so ein bisschen rüber, um so ein bisschen Bewegung zu haben. Ihr könnt das Ganze wirklich aufbauen. Ihr könnt das Ganze auch mit den Fingern aufarbeiten. Ich empfehle euch aber nicht, mit dem Füßchen direkt auf euer Gesicht zu gehen. Und ihr seht sofort, schaut mal, diese krasse Reflexion. Und das ist eins zu eins diese Kombi hier von Channing Tilbury, die Hollywood Beauty Light Ones in Peachgasm und in Spotlight. Am Ende des Tages mischt ihr ja eh beide auf eurem Gesicht, den Highlighter und den Blush. Und auch hier habt ihr dann wirklich dieselbe Farbe. So, den gebe ich mir auch gleich einmal hier so ein bisschen auf und trage mir den grobflächig hier einmal hin. Und dann habt ihr auch hier zwei identische Seiten. Wow, die sind super, super glowy. Ihr könnt mir jetzt einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon vom Finish her einen Unterschied seht. Hier ist die High-End-Seite und hier ist die Drogerie-Seite. Ich sehe jetzt hier im Real Life keinen Unterschied. Ich muss sagen, dass mir die Drogerie-Seite sogar ein Stückchen besser gefällt, weil der Concealer deckender ist. Die Kontur oder der Bronzer ist sogar ein bisschen natürlicher. Und es ist beide schön. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ich fixe hier das Ganze einmal schnell mit einem Sample von Giacomo Cosmetics. Auf beiden Seiten gleich. Microfiber Multi-Tool Mini. Und das ist die Base. Wow, sie ist heute super, super glowy. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran, denn wir haben was für die Augen. Für die Augen habe ich zwei verschiedene Lidschatten mitgebracht. Für die Drogerie-Seite einmal die Bold Gold Palette von Catrice. Sehr, sehr schöne, verschiedene warme Farben, aber auch verschiedene Glitzer- und Schimmertexturen. Und auf der anderen Seite die Natasha Denona Bronze Palette. Vom Farbschema her sehr ähnlich. Auch von den Farbarten sehr ähnlich. Ich glaube nicht, dass das ein 1 zu 1 Dupe geplant war. Aber sie sind halt beide sehr schön. Und wir schminken auch was recht Zartes damit. Ihr seht sie auch hier nochmal im Vergleich. Oh Gott, die sind schon ganz schön mitgenommen, beide. Ne? Kann man mitarbeiten. Ich starte auf der Drogerie-Seite mit dem Letizia und Maxim Pinsel Nummer 2 und gehe in die Farbe Beach. Natascha, hier. Und gebe mir die Farbe einfach hier hinten in meinen äußeren Augenwinkel. Und blende die dann so ein bisschen nach hinten aus. Wir werden heute eine sehr starke Lippe haben. Deswegen bleiben wir ein bisschen zarter beim Lidschatten-Look. Ich nehme mir sogar denselben Pinsel und gehe bei Catrice in die Farbe hier in der Mitte. Die sind ein bisschen trockener, aber trotzdem super, super gut pigmentiert und reichen völlig aus, wenn ihr gute Farben habt. Aber weil Catrice hat immer sehr, sehr gute Dupes auch zu den Huda Beauty-Paletten. Wobei, ich weiß nicht, wie ihr zu Huda Beauty im Moment steht. Ich finde, das ist so ein bisschen boring geworden, oder? Nehmen den Pinsel von vorhin wieder. Gehe hier nochmal ein bisschen lang und arbeite mir das Ganze hier ein. Dann nehme ich mir einen flachen Pinsel, nehme die eine Seite hier für die Catrice-Palette und gehe hier in diesen, ja, so einen schmutzigen Goldton. Und gebe mir den einfach hier auf mein bewegliches Lid. Und auf der anderen Seite drehe ich den Pinsel, nehme die saubere Seite und gehe auch hier in so einen schmutzigen Goldton. Die Natascha Schimmer sind noch ein bisschen krasser. Ich glaube, ihr seht den Unterschied. Aber das ist okay, oder? Alright, wir haben noch was für die Lippen, Freunde. Und da bin ich sehr gespannt, denn ich habe hier von Charlotte Tilbury die Farbe Red Carpet. Das ist ein wunderschöner Rotton. Liebe, liebe, liebe die Farbe. Ich liebe, Moment, rote Lippen. Das ist ganz krass. Seitdem ich die von, hier, wie heißt sie? Maybelline, diese Vinyl-Dinger gehabt habe, liebe ich rote Lippen. Und auf der anderen Seite von Essence die Hydra Muds. Ohne Lip Liner war optimistisch, aber auch hier seht ihr, Beide sind vom Finish her sehr, 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 sehr gleich. Und farblich geht es durch. Und das ist der fertige Look. Drogerie versus High End. Man sieht vielleicht beim Schimmer so einen kleinen Unterschied, aber bei der Base halt gar nicht. Und das ist das, wo ich euch wirklich mit gutem Gewissen auf jeden Fall sagen kann, bleibt bei Base-Produkten auch gerne mal in der Drogerie. Vor allen Dingen dieser Essence Glow, Glow, Glow Wand ist perfekt. Die Highlighter Blushes versus die Charlotte Tilbury Iconic. Ich liebe das Finish auf dieser Seite. Ich muss sagen, dass das Ganze ein sehr, sehr edler, erwachsener Look ist. Mit so einer roten Lippe sieht alles eh immer mega gut aus. Aber ich glaube, ihr habt gesehen, dass ihr bei der Drogerie sehr, sehr viel Geld sparen könnt. Spart euer Geld lieber für wichtigere Sachen aktuell. Es gibt genug, was gerade wesentlich teurer ist als Make-up. Und ich hoffe, es hat euch geholfen, eine kleine, runde Drogerie-Schnäppchen zu finden. Schreibt mir unbedingt, wie wir diese Videoreihe nennen sollen, in die Kommentare. Abonniert gerne den Kanal. Und lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!